Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Ja, ihr seht es bereits hinter mir, viel Sonnenschein und schöne Sonnenblumen. Und diesen reichlichen Sonnenschein, den wird es in den kommenden fünf bis sieben Tagen in ganz Deutschland geben. Denn die dritte Hitzewelle des Sommers 2019 steht nun bevor und wiederum kommt die Hitze am Monatsende. Das hatten wir ja bereits im Juni und auch im Juli. Immer zum Ende des Monats wurde es richtig heiß, teilweise auch mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad. Ganz so heiß wird es bei uns in Deutschland zumindest in den kommenden Tagen nicht werden, aber vielfach wird die 30 Grad Marke überschritten. Doch schauen wir uns erstmal die Großwetterlagenkarte vom heutigen Mittwoch an. Ja, und wir sehen, das Hoch Corina ist mittlerweile über Deutschland angekommen und es bringt uns heute bereits sehr viel Sonnenschein. Nur im Südosten von Bayern, da gibt es noch ein paar Wolken, die gehören zu diesem Tief hier und die bringen stellenweise auch noch etwas Regen. Vor allen Dingen Richtung Österreich, da kann es immer wieder heute zum Teil kräftigen Regen geben. Und unter den Regenwolken, da werden heute nur 17 Grad erwartet. Sonst gibt es aber heute sehr viel Sonnenschein und die Temperaturen erreichen 21 bis teilweise 25 Grad entlang des Rheins. Später kann es auch Richtung Schleswig-Holstein den ein oder anderen kurzen Schauer geben, sonst fällt aber heute kein Regen. Nun, wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Es wird immer wärmer und es bleibt sehr sonnig. Von Donnerstag bis Samstag gibt es sehr viel Sonnenschein. Denn Hoch Corina strengt sich wirklich mächtig an und bringt uns nochmal den Sommer zurück nach Deutschland. Die Temperaturen erreichen am Donnerstag 20 Grad an der Nordsee und bis zu 28 Grad im Südwesten. Und auch am Freitag und am Samstag wird es immer wärmer. Am Samstag sind teilweise in der Mitte und im Süden 30 bis 32 Grad, sonst so 25 bis 29 Grad. Und an den Küsten liegen die Werte meist so um 23 Grad. Aber der Sommer geht auch nächste Woche weiter. Also Sonntag, Montag, Dienstag. Es bleibt weiterhin warm bis heiß. Es wird sogar noch ein bisschen heißer am Sonntag und Montag im Südwesten. Teilweise bis zu 34 Grad. Später am Dienstag auch vermehrt hier im Osten Temperaturen um 30 bis 34 Grad. Ab und zu ist hier und da auch mal ein kleines Hitzegewitter möglich. Aber das ist meist doch nur die Ausnahme. Fazit ist, der Sommer kommt nochmal zurück nach Deutschland mit viel Wärme und teilweise auch Hitze. Aber leider auch sehr wenig Regen. Das heißt, die große Trockenheit, die geht in vielen Landesteilen erstmal weiter. Das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, unseren Kanal auf YouTube wetternet zu abonnieren. Tschüss und bis bald.